Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Und... Boah, au, 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 okay, die Jukebox kommt, hey, oh, Alter. Ähm, Leute, Jukebox ist da, es gibt nur einen Platz für eine Jukebox, hier vorne. Hallihallo, herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Episode von Arcade Paradise. Es ist folgendes passiert, ähm, ja, meine Tochter hat irgendwie aus... Wir haben hier ein bisschen an dem Mischpult rumgespielt und hatten ein bisschen Quatsch gemacht. Und, ja, dann habe ich beim Aufnehmen vergessen, das wieder umzustellen. Und, ähm, ja, dementsprechend habe ich mir zwei Folgen Vorarbeit versaut. Das heißt, ihr kriegt heute noch diese Episode, ja, die wird heute noch kommen. Heute ist heute für mich und, ähm, für euch wahrscheinlich auch und für andere ist es gestern. Und, ähm, ja, verrückt, wie so die Zeit vergeht, ne? Oh, warte, jetzt aber schnell nochmal hier die Wäsche rein. Ähm, ja, deswegen gibt es heute nur eine Normal-Episode und meine Dings-Folge ist auch meine, ähm, Ghostwatchers-Folge. Also, im Endeffekt habe ich den ganzen Tag für umsonst gearbeitet, einen Tag. Naja, meine Güte, so läuft das Leben manchmal, so ist das, ne? Jetzt müssen wir improvisieren und neue Mittel und Wege finden, das irgendwie wieder aufzufüllen hier. Und dann machen wir das auch, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Morgen bin ich wahrscheinlich gar nicht da den ganzen Tag. Da muss ich gucken, dass ich, dann, dann haben wir wenigstens eine Folge Arcade Paradise und abends dann eventuell ein Streamy. Mh, ja, 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 ja. So läuft das, so läuft das. Aber, was auch laufen muss, ist, die Wäsche, der Müll, alles muss weg. Da liegt noch Müll. Plastemüll. Nicht, dass da ja dann jemand kommt und sagt, oh, ich war da im Laden und wollte meine Wäsche-Wasche. Und dann auf einmal, wasche, wasche und zack, zack. So, dann gehen wir hinten noch Müll sammeln. Ist der Beutel voll? Ich weiß es nicht. Da steht direkt eine Plastiflasche. Klar ist der Beutel voll. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das am Laufen. Und, äh, müssen wir jetzt mal schauen. Äh, machen wir damit wenigstens ein bisschen Kohle nebenbei. Machen wir damit wenigstens eine Bieselkohle nebenbei. Alter, was ist denn hier los? Ey, übel ist der Müll da, direkt da. Was soll das? Äh. Äh. Hier noch Müll, Müll, Müll. Da ist noch Müll. So. Ey. Ey. So. Spielt gerade. Bobby Freedom. Was ist das, Alter? Okay, okay. Ich verstehe. Keine Ahnung. Oh, ne. Äh. Ja, gut. Das lassen wir dann mal lieber. Und ihr wisst wahrscheinlich auch alle, warum. So. Diskjammers. Was? Ach, guck mal, hier kannst du... Hier kannst du CD-Vinyls kaufen. Okay. Upgrades. 115 Dollar haben wir. Ähm. Was ist mit diesen Turnschuhen? Keine Garantie. Ach komm, kaufen wir. Bestätigen. Joggen, indem du Shift gedrückt hältst. So. Kann ich hier chatten irgendwie? Keine Freunde online. Oh, hier, Alter. The Blockchain Automat. Die sind ja... Oh, der Space Ray Simulator. Leute, der Space Ray Simulator. Bestellt. Erstmal zack. Oh, können wir gleich zwei Automaten kaufen? Die weltbeste Hacker. Oh, Wisch ist fertig. Nee, aber der Bestell... Oh, ich hab keinen Platz für den Space Ray Simulator. Seh ich grad. Wo stellen wir denn den Space Ray Simulator noch hin? Jetzt hab ich den bestellt. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie im Laufe des Tages eine Mail, das Brody sagt, ey. Sei mal kein Lumpensack. Sei mal hier am Start, oder was? Das ist echt doof. Naja, äh, würd ich sagen, gucken wir mal nach Aufgaben. Was haben wir so? Äh, drei Kaugummis. Okay. Indem wir maximale Kraft einsetzen. 120 Geschosse in einem Leben in Zombed. Das funktioniert doch wieder nicht. Geldbehälter des Münzautomaten leeren. Das können wir machen. Oh, geil. Guck mal, Sprinten ist wesentlich angenehmer. So, haben wir das schon mal gemacht. Dann versuchen wir jetzt nochmal Zombed 120 Geschosse abzuschießen, aber irgendwie geht das ja nie. Zombed. Zombed. Ready. Ja, komm, SMG, ey. Wie geht's jetzt ab, Leute? Das ist richtig üble Mucke. Hier geht's richtig steil zur Sache. So, jetzt mal eben gucken. Aufgaben. Nein, das geht nicht. Warum gehen die Zombed Quests? Äh, die... Und nicht SMG-Max? Oder ist da irgendwie ein Übersetzungsfehler drin? Weiß ich nicht. Das könnte auch sein, ne? Okay. Na, komm schon. Ach, Manu. Krieg ich danach mein SMG eigentlich dann zurück, wenn das Mac hier jetzt leer ist, oder? Weiß man alles gar nicht so genau, ne? Oh, Trockner ist fertig. Ach, naja, gut. Egal. Haben wir ne Runde gezockt. Ähm, Trockner, Trockner, Trockner. Äh, ach so. Dann braucht er noch ein Sekündchen. Au, Ajo, braucht er noch ein Sekündchen? Rein Gas. Dann können wir gleich nochmal ne Triple Wäsche durchjagen. Das ist nice. Das ist nice, nice, nice. Nice. Und dann müssen wir halt mal schauen. Hm. Dass wir noch ein paar Dolala zusammen kriegen. Boah, ich könnte ne Viererwäsche noch durchjagen, Leute. Machen wir ne Vierer? Alter, ne Quattro-Wäsche gab's noch nie. Ja, easy. Easy Quattro-Wäsche. Äh, Aufgaben Kaugummis. Das hab ich jetzt keine gesehen, leider. Hier hängen manchmal welche. Ist hier noch ein Kaugummi? Vielleicht ist hier auf dem Klo auch manchmal welche? Äh. Wie soll ich denn täglich drei Kaugummis entfernen? Wenn hier keine sind. Oder seh ich die nur einfach wieder nicht? Nö, keine Ahnung. Dann könnten wir uns mal noch ein Automatenziel irgendwo angucken. Was hat der denn für Automatenziele? Guck mal, ey. Du, du 100 Zombies mit jeder Waffe. Null von 100. Was? Irgendwie zählt der die Dinger nicht mehr. Nö, dann spielen wir ein bisschen Strike Gold. Wir brauchen noch den extra Jump und Move Speed. Aber das lässt sich easy regeln. So, Achtung. Hier stürzt jetzt alles zusammen. Hier gibt's hier kein Gold mehr zum Sammeln, oder was? Oh, oh, oh. Da ist das Gold leider zusammengebrochen. Oh, 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 no, no, no. Oh, Mist. Ah, ich hab ja noch ein extra Life. Extra Life. Komm, vielleicht kriegen wir die 20 zusammen, damit wir noch das... ...eine Upgrade kaufen können. Mehr Gold ist besser Gold. Nein, die Wäsche. Egal, jetzt haben wir 23 Gold. Wäsche 1 ist durch, Leute. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Rhythmus. Schade, ey. Wir sind da zwei Folgen verloren gegangen. Das heißt, ihr werdet natürlich ein bisschen des Spaßes verpasst haben und euch fragen, was ist hier geschehen. Aber so ist das nun mal leider. Aber ihr seid zur Jukebox gekommen und viel großartig Neueres hab ich jetzt auch nicht. Also wenn das heute mal nicht ein guter Tag für Wäsche ist hier, dann weiß ich es auch nicht mehr, Leute. Ist meine Reputation einfach zu gut oder warum haben wir keine Kaugummis mehr? Keiner klebt mehr Kaugummis. Was ist los mit den Leuten? Die 80er vorbei oder was? So, ich würde sagen, wir könnten auch mal hier kurz mal wieder gucken. Boah, Leute. Da geht's schon los. Da geht's schon los mit dem Geld. Da haben wir ordentlich was in der... Es ist immer so, als würden wir den Safe knacken. Ich meine, das ist ja unser Safe. So. Ach nee, ich hab keinen Platz mehr. Da krieg ich mehr Platz. Für die Zeit langsamer. Ein digitaler Safe. Achso, okay, dann kann man den Tresor ganz einfach öffnen. Ja. Da noch irgendwas? Ne, ist nur eine Nachricht drauf. Das ist die... Die Super Simon Kretschmer Super Nachricht. Minütchen noch. Es wird langsam dunkel draußen. Ne, noch was finden eigentlich? Ja, noch nicht so richtig. Ah, ey. Ob wir da irgendwann mal auf anbauen? Die Gebäude drumherum vielleicht einfach kaufen. Ach man, da hat man ja schon mal hier irgendwie eine bekannte... Ich glaub, was ist die Schwester oder so? Oder der Bruder, der in der Stadtverwaltung oder die in der Stadtverwaltung sitzt? Und dann kriegt man nix. So, Trockner. Welcher ist es? Der da? Ich hab mir kein S mit Sternchen. Nur S. Naja. Es ist... Da geht's um Millisekunden. Bei vier Wäschen ist das klar, aber... Das war es mit Sternchen jetzt, ne? Ne. Wenn die Zeit langsamer vergeht, dann... wird das vielleicht was. Ach, Mann, 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 ähm. Muss ich mal eben gucken. Muss ich mal eben schauen. Wie sieht's denn mit Strike Gold aus? Was brauchen wir denn da noch an Automaten ziehen? Können wir denn die Schwierigkeit... Andern pro Stunde... Ne. Ähm... Bestenlisten... Alter. Ziele. Alle Upgrades kaufen. 5000 Blöcke. 500 Meter nach unten. 333 Gold. Der Strike Gold, der ist nicht so einfach, ne? Hinzukriegen. Also... Alle Upgrades, ja. Dann ist ja schon mal vielleicht ein bisschen... Dann sammeln wir hier ganz lässig das Gold ein. Aua. Ich hat's zermalm. Ah, Steine kosten ein bisschen Sauerstoff. Aber we... We won it. We won the Gold. Dann müssen wir mal eben kurz abwarten hier. Gold ist verschwunden ganz schnell. Hat's den Fokus-Pokus-Philibus gemacht. Ja, ja. Warum fällt es nicht? Es fällt nicht mehr. Was ist passiert, ey? Warum fällt es nicht mehr? Glitchy Doodle Bug, oder was? Doch jetzt fällt es wieder, okay. Jetzt dürft ihr ja gleich auch irgendwann in der Laden schließen. Ich versuche mal halt, die nach unten Graben-Weste so halbwegs hinzukriegen. Oh, nee. Oh, nee. Haha. Okay, gut. Du siehst da gerade aus irgendeinem Grund. Extremes Glück halt hier. Läuft er. 200 Meter. Jetzt kann ich... Wie viel soll ich machen? 300 oder so? Und 300 Meter könnten wir... Wenn ich jetzt nicht unnötig überdorsiere, auch hinkriegen. Okay, Geschäft schließt, aber ist okay. Die ist okay. Schön kledern. Schön kledern. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Mist. Nein. Was meinte ich mit, wenn ich es nicht überdorsiere? Ah, der gute Strikehold. Ich bringe zwei Blöcke anstelle von einem. Und schneller bewegen. Ich reinnehme ich das hier. Dann versuchen wir wenigstens mal alle Blöcke zu kaufen. Ich bin jetzt irgendwie wieder durchgeglitscht. Ah, hier brauche ich mich auch noch nicht um Sauerstoff kümmern eigentlich. Oh, Mist, ey. Oh. Oh, oh, oh. Oh, komm. Das Gold. Oh, Mann! Jetzt hab ich den Sauerstoff wieder verbraucht. Schwingt das einfach so? Das schmeckt. Und es sei die Points. Und es sei die Points, Boys. Girls, alles dabei, alles dabei. Da könnt ihr sehen, wie man die Points holt. Zack, das Gold von oben. Oh, unser Sauerstoff. Geht schon, geht schon. Wird wahrscheinlich gleich der Laden schließen. Oh nein, wieder gegen den Stein gehauen ist dobi an. Au! Der Follow! Er fliegt da. Oh! Wie ist es? 2 Uhr gehen nach Hause. Nein! Nein, niemals! Ah, Mist, ey. Die neuen Gold werden wir uns morgen noch holen für's letzte Update. Ach, die neuen Gold für's letzte Update holen wir uns morgen noch. Und dann machen wir hier... Hat die Jukebox ne Münzfach? Wieso hat die kein Münzfach? Unrealistisch. Ach, Leute. Naja, Leute. Morgen gibt's neuen Automaten. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie Marit. Herzlich fürs Zusehen. Seid morgen dabei, wenn der neue Automat kommt. Und dann machen wir Party, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen. und ciao mit auctions. Und ciao mit au. Untertitelung des ZDF, 2020